Alles zur Kuh- und zur Almwirtschaft können Kinder jetzt spielerisch erleben und erlernen. Mit Unterstützung durch das EU-Förderprogramm LIDA errichteten die Bergbahnen Waagrhein am Grafenberg den Erlebnisweg Kubidu. Es gibt hier vieles zu erfahren und es ist nicht so selbstverständlich, dass die Kinder das wissen und schon gar nicht auch die Eltern. Gemeinsam kann man sich da antworten, erarbeiten und auch Dinge erleben, begreifen, Landwirtschaft begreifen. Das ist ganz wesentlich und hier die Sommerlücke sozusagen am Berg zu füllen mit einem ganz tollen Programm, pädagogisch hochwertig, da kann man nur gratulieren. Mittlerweile sind ja die Eltern von den Kleinkindern auch schon weit weg von der Landwirtschaft. Das lernen ja beide Generationen und das ist das besonders Wertvolle. Und oftmals lernen ja die Eltern von den Kindern noch mehr wie umgekehrt. Also die Milch kommt nicht aus dem Packerl, aus dem Kühlregal im Lebensmittelhandel, sondern wird von den Kühen produziert hier in der Landwirtschaft. Und für uns aus Nospest-Salzburg-Bergbahnen wollen wir einfach die Berge auch im Sommer weiterentwickeln. Und gerade wie hier hier oben am Grafenberg, wo wir gemeinsam mit der Landwirtschaft diesen Themenweg Kubidu, also das Erleben der Almwirtschaft rund um die Kuh, einfach den Familien näher bringen wollen. Vielen Dank.